Dräger und Herrhorst, wir Augenoptiker in der Region, in Göttingen, in Giebolderhausen und auch in Duderstadt sind wir für sie da. Dienstleistung, so heißt das Zauberwort. Kleine Reparaturen werden von uns zum großen Teil sofort und immer kostenlos ausgeführt. Wir nehmen uns viel Zeit für eine persönliche Beratung, damit sie nicht nur gut sehen, sondern auch gut aussehen. Freundlicher Service und kompetente Hilfe in Stilfragen sind bei uns selbstverständlich. In unseren frisch renovierten Räumlichkeiten in zeitgemäßen Schick können Sie in aller Ruhe zwischen verschiedenen Modellen namhafter Hersteller wählen, wie beispielsweise von Chanel, Prada, Esprit, His und vielen anderen. Oder soll es eine modische Sonnenbrille sein? In unserem Angebot ist bestimmt auch etwas für Sie dabei, damit Sie die Welt wieder mit anderen Augen sehen. Nach einer genauen Vermessung Ihrer Augen werden Ihre neuen Brillengläser mit modernster Technik angefertigt und geschliffen. Haben Sie sich für Kontaktlinsen entschieden? In unserem Kontaktlinsenstudio in Göttingen wird Ihre Hornhautoberfläche mit dem Keratographen exakt vermessen und die Kontaktlinse individuell angepasst. Dräger und Herrhorst. Ihr Augenoptiker in der Region. Dräger und Herrscher